Ich bin hier mit Leon Niederberger von den Refell-Pinguinen. Hallo Leon, kannst du uns das Spiel in deinen Worten kurz zusammenfassen? Ja, ich denke, es war ein hartes Kämpfespiel. Ich fand, wir sind im ersten Drittel nicht gut gestartet. Ich glaube, das war so ein bisschen der Genickbruch. Ich glaube, gegen Ravensburg ist uns das auch passiert. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir das verbessern. Ansonsten sind wir gut zurückgekommen, Chancen waren genügend da. Dass man mal ein Tor reinmachen muss, da muss ich mir selber auch an die Nase fassen und die Chancen reinmachen. Aber ja, das gehört zu so einer Saison dazu, so Spiele. Wir müssen schauen, dass wir vielleicht nicht jedes zweite Spiel mit einem einzelnen Rückstand starten. Und ja, es geht besser, aber es ist jetzt keine Tragödie. Ich meine, Regensburg ist wirklich eine gute Mannschaft. Die haben Spaß am Eishockey, das sieht man. Und ja, ich glaube, dass wir am Freitag gut zurückkommen werden gegen Freiburg. Ich habe noch eine Frage abseits vom Eishockey ein bisschen. Du hast ja eine Musikkarriere neben dem Eishockey unter Leo. Kommt da trotz laufender Saison noch ein neuer Song? Ja, definitiv ist auch lieb gemeint die Frage, aber ich glaube, die Ernüchterung jetzt von der Niederlage ist ein bisschen zu groß, als dass ich jetzt über meine Musik sprechen möchte. Es ist lieb gemeint, da wird auch was kommen. Aber jetzt erstmal gut regenerieren, gut nach Hause kommen und Freitag dann neu angreifen. Alles klar, dann vielen Dank und viel gute Heimreise, viel Glück. Vielen Dank.